Affirmationen für Vergebung Heute ist ein besonderer Moment. Ich kann jetzt loslassen. Ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Leben. Ich bin frei. Ich lerne zu vergeben und loszulassen. Mein Ziel ist innerer Frieden. Die Menschen tun das Beste, was sie können. Mit dem Wissen, dem Verständnis und dem Bewusstsein, das sie zu diesem Zeitpunkt haben. Ich bin jetzt erwachsen und ich kümmere mich liebevoll um mein inneres Kind. Ich vergebe anderen und gestalte mein Leben jetzt so, wie ich es mir wünsche. Mein spirituelles Wachstum ist nicht von anderen abhängig. Wenn ich vergebe, fühle ich mich frei und leicht. Ich befreie mich aus meinem Gefängnis. Ich bin sicher und frei. Es ist ermutigend, zu vergeben und loszulassen. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich lasse meine Bewertungen los. Ich bin bereit, meine Begrenzungen zu durchbrechen. Meine Eltern haben mich so behandelt, wie sie selbst behandelt wurden. Ich vergebe ihnen und auch ihren Eltern. Ich weigere mich, mich selbst einzugrenzen. Ich bin immer bereit, den nächsten Schritt zu tun. Ich erlaube mir, loszulassen. Affirmationen für Vergebung Heute ist ein besonderer Moment. Ich kann jetzt loslassen. Ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Leben. Ich bin frei. Ich lerne, zu vergeben und loszulassen. Mein Ziel ist innerer Frieden. Die Menschen tun das Beste, was sie können. Mit dem Wissen, dem Verständnis und dem Bewusstsein, das sie zu diesem Zeitpunkt haben. Ich bin jetzt erwachsen und ich kümmere mich liebevoll um mein inneres Kind. Ich vergebe anderen und gestalte mein Leben jetzt so, wie ich es mir wünsche. Mein spirituelles Wachstum ist nicht von anderen abhängig. Wenn ich vergebe, fühle ich mich frei und leicht. Ich befreie mich aus meinem Gefängnis. Ich bin sicher und frei. Es ist ermutigend, zu vergeben und loszulassen. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich lasse meine Bewertungen los. Ich bin bereit, meine Begrenzungen zu durchbrechen. Meine Eltern haben mich so behandelt, wie sie selbst behandelt wurden. Ich vergebe ihnen und auch ihren Eltern. Ich weigere mich, mich selbst einzugrenzen. Ich bin immer bereit, den nächsten Schritt zu tun. Ich erlaube mir, loszulassen. Affirmationen für Vergebung Heute ist ein besonderer Moment. Ich kann jetzt loslassen. Ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Leben. Ich bin frei. Ich lerne, zu vergeben und loszulassen. Mein Ziel ist innerer Frieden. Die Menschen tun das Beste, was sie können. Mit dem Wissen, dem Verständnis und dem Bewusstsein, das sie zu diesem Zeitpunkt haben. Ich bin jetzt erwachsen und ich kümmere mich liebevoll um mein inneres Kind. Ich vergebe anderen und gestalte mein Leben jetzt so, wie ich es mir wünsche. Mein spirituelles Wachstum ist nicht von anderen abhängig. Wenn ich vergebe, fühle ich mich frei und leicht. Ich befreie mich aus meinem Gefängnis. Ich bin sicher und frei. Es ist ermutigend, zu vergeben und loszulassen. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich lasse meine Bewertungen los. Ich bin bereit, meine Begrenzungen zu durchbrechen. Meine Eltern haben mich so behandelt, wie sie selbst behandelt wurden. Ich vergebe ihnen und auch ihren Eltern. Ich weigere mich, mich selbst einzugrenzen. Ich bin immer bereit, den nächsten Schritt zu tun. Ich erlaube mir, loszulassen. Affirmationen für Vergebung Heute ist ein besonderer Moment. Ich kann jetzt loslassen. Ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Leben. Ich bin frei. Ich lerne, zu vergeben und loszulassen. Mein Ziel ist innerer Frieden. Die Menschen tun das Beste, was sie können, mit dem Wissen, dem Verständnis und dem Bewusstsein, das sie zu diesem Zeitpunkt haben. Ich bin jetzt erwachsen und ich kümmere mich liebevoll um mein inneres Kind. Ich vergebe anderen und gestalte mein Leben jetzt so, wie ich es mir wünsche. Mein spirituelles Wachstum ist nicht von anderen abhängig. Wenn ich vergebe, fühle ich mich frei und leicht. Ich befreie mich aus meinem Gefängnis. Ich bin sicher und frei. Es ist ermutigend, zu vergeben und loszulassen. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich lasse meine Bewertungen los. Ich bin bereit, meine Begrenzungen zu durchbrechen. Meine Eltern haben mich so behandelt, wie sie selbst behandelt wurden. Ich vergebe ihnen und auch ihren Eltern. Ich weigere mich, mich selbst einzugrenzen. Ich bin immer bereit, den nächsten Schritt zu tun. Ich erlaube mir, loszulassen. Affirmationen für Vergebung Heute ist ein besonderer Moment. Ich kann jetzt loslassen. Ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Leben. Ich bin frei. Ich lerne, zu vergeben und loszulassen. Mein Ziel ist innerer Frieden. Die Menschen tun das Beste, was sie können, mit dem Wissen, dem Verständnis und dem Bewusstsein, das sie zu diesem Zeitpunkt haben. Ich bin jetzt erwachsen und ich kümmere mich liebevoll um mein inneres Kind. Ich vergebe anderen und gestalte mein Leben jetzt so, wie ich es mir wünsche. Mein spirituelles Wachstum ist nicht von anderen abhängig. Wenn ich vergebe, fühle ich mich frei und leicht. Ich befreie mich aus meinem Gefängnis. Ich bin sicher und frei. Es ist ermutigend, zu vergeben und loszulassen. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich lasse meine Bewertungen los. Ich bin bereit, meine Begrenzungen zu durchbrechen. Meine Eltern haben mich so behandelt, wie sie selbst behandelt wurden. Ich vergebe ihnen und auch ihren Eltern. Ich weigere mich, mich selbst einzugrenzen. Ich bin immer bereit, den nächsten Schritt zu tun. Ich erlaube mir, loszulassen.